Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, alles verändert sich. Wir sind mitten in der Zeitenwende und ich gebe zu, es ist teilweise ganz schön anstrengend. Aber zusammen mit euch habe ich auch viele schöne Momente im letzten Jahr erlebt und ich hoffe und wünsche mir für 2022, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Und welche Tendenzen das neue Jahr bereithält, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. In diesem Video wollen wir in die kosmische Schwingung 2022 schauen. Der Beitrag basiert auf dem großen Jahrbuch 2022, das ich wieder gemeinsam mit meinem Mann Ray Merriman für euch geschrieben habe und das jetzt erhältlich ist. In dem Buch gehen wir ausführlich auf die Bedeutung aller Planeten und Konstellationen für das neue Jahr ein und wir deuten die Tendenzen für jedes Sternzeichen. Und falls ihr euch besonders für Wirtschaftsprognosen interessiert, möchte ich euch auch Rays Buch Voraussagen für 2022 als Herz legen. Das mit dem Adler mit Prognosen für die weltweiten Aktienmärkte, Politik, Finanzen, Gold, Silber und vieles mehr. Die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jahresherrscher 2022 ist Glücksplanet Jupiter. Er bewegt sich zwischen dem letzten und dem ersten Zeichen des Tierkreises. Bis Mai läuft er durch die Fische, das zwölfte Sternzeichen. Es steht für Spiritualität, Vollendung und Loslassen. Vom 11. Mai bis 28. Oktober geht er dann ins Pionierzeichen Widder, das erste Zeichen des Tierkreises, das für Aufbruch und Neubeginn steht. Im November und Dezember läuft er dann nochmal zurück ins Fischezeichen, bevor er am 20. Dezember endgültig in den Widder aufbricht. Das heißt, der Gigant des Sonnensystems bewegt sich astrologisch zwischen Loslassen und Neubeginn. Das ist ein Symbol dafür, dass 2022 wohl ein weiteres Übergangsjahr wird. Wir müssen unser Karma verarbeiten und von Altem loslassen und viele von uns haben ja auch Verluste zu beklagen. Aber wir machen auch große Schritte in neue Gebiete. 2022 bricht das zweite Jahr der 200-jährigen Luftepoche an. Wir befinden uns also in einer großen Zeitenwende. Solche Übergänge sind immer schwierig, aber sie bieten auch historische Chancen, uns weiterzuentwickeln. Mehr Informationen zur Luftepoche findet ihr in meinen Videointerviews mit Christoph Niederwieser, die verlinke ich euch hier auf der Infokarte. Jetzt wollen wir uns das Jahr im Überblick anschauen und wir fangen an mit den Tendenzen für Beziehungen, Liebe und gesellschaftliche Entwicklungen. Das Jahr beginnt mit einer außergewöhnlichen Liebeskonstellation. Ich nenne sie auch die Venus-Pluto-Affäre oder Shades of Grey-Konstellation. Viele von uns erleben einen intensiven Jahreswechsel mit starken Liebesgefühlen, die unter die Haut gehen. Möglich auch, dass eine verflossene Liebe wieder auftaucht. Und das kann sehr schön sein, aber auch sehr schwierig, je nachdem, wie die aktuelle Beziehungssituation ist. Das Ganze hat jedoch einen Sinn. Es geht darum, aus Beziehungsfehlern der Vergangenheit zu lernen. Wenn ihr mit Personen oder Liebeserlebnissen aus der Vergangenheit konfrontiert werdet, seht es als Chance, aus Fehlern zu lernen und toxische Beziehungen in Zukunft zu erkennen und zu vermeiden. Im März und April verbinden sich Jahreshärscher Jupiter und der sanfte Neptun im gefühlvollen Zeichen Fische. Das weckt die Sehnsucht nach Zusammenhalt und stärkt unsere Hilfsbereitschaft. Auch für die Liebe und romantische Gefühle sind das sehr schöne Einflüsse und wir dürfen mit wunderbaren Frühlingsgefühlen rechnen. Beim Wetter könnten die beiden Faktoren im Wasserelement Fische dagegen auf viel Regen hindeuten. Möglich, dass wir dann wieder mit Überflutungen zu tun haben werden. Ab Mitte Mai kommt Aufbruchsstimmung auf, wenn Jupiter in den Wetter läuft. Ende Mai bis Anfang Juli wird er dabei von Energieplaneten Mars unterstützt. Spätestens dann dürften sich auch beim Wetter mehr Sonnenschein und Wärme durchsetzen. Möglicherweise bewirken Jupiter und Mars im Doppelpack gleich einen Umschlag ins andere Extrem und bescheren uns eine Hitzewelle. Gesellschaftlich ist das eine Zeit, in der voraussichtlich Beschlüsse gefasst und neue Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Das ist eine sehr männliche Energie, doch die Herren der Schöpfung sollten die Rechnung nicht ohne starke Frauen machen. Das zeigt Lilith, die am 15. April für den Rest des Jahres in den Krebs geht. Gesellschaftliche Entwicklungen in Familien werden dann ein großes Thema. Entschlossene Frauenfiguren werden wirtschaftliche oder technische Neuerungen nicht einfach durchwinken, wenn diese gegen die Natur gehen oder menschliche Bedürfnisse ignorieren. Juni, Juli und August sind für Beziehungen heiße Monate. In der Zeit liegt besonders viel Leidenschaft in der Luft. Man ist auch geneigt, sich spontan zu trennen. Besonders Ende Juli. Doch rasch füllen sich entstandene Lücken wieder mit neuen Menschen. Das Beziehungskarussell dreht sich schwindelerregend schnell. Das kann auch auf dem politischen oder gesellschaftlichen Parkett sichtbar werden. Bündnisse können zerbrechen, neue Allianzen bilden sich und die können ganz überraschend und unerwartet sein. Ab dem 20. August kommt ein neuer kosmischer Wind auf. Dann geht Energieplanet Mars in die Zwillinge und bleibt dort gut sieben Monate. Denn der rote Planet wird vom 30. Oktober 2022 bis 12. Januar 2023 rückläufig. In dieser Zeit dürfen wir mit neuen Nachrichten über Mars-Missionen rechnen, denn während seiner scheinbaren Rückläufigkeit kommt der Mars unserer Erde am nächsten. Und jegliche Expeditionen können nur in diesem Zeitfenster stattfinden. Astrologisch ist allerdings zu befürchten, dass sich unsere Sprache und Auseinandersetzungen dann nochmal verschärfen. Denn Mars steht für Kampf und Durchsetzung, Zwillinge bedeutet Sprache und Informationen. Also alle, die irgendeine Möglichkeit haben, Einfluss auf unsere Kommunikation auszuüben und unsere Diskussionskultur mitzugestalten, sollten sich in dieser Zeit um eine deeskalierende Sprache und ein verständnisvolles Miteinander bemühen. Außerdem hilft es sehr, Informationen nüchtern auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Auf der positiven Seite kann dieser lange Marstransit im Luftzeichen Zwillinge sicherlich einige geistige Entwicklungen voranbringen, die uns dabei helfen, uns in der Luftepoche einzurichten. Sei es, dass wir endlich bei der Digitalisierung Fortschritte machen oder dass vielleicht sogar neue Wege der Kommunikation gefunden werden. Denn Mars ist auch der Planet der Pionierinnen und Pioniere und unter seiner Führung kann man Neuland erobern. Im November und Dezember müssen wir allerdings damit rechnen, dass Projekte ins Stocken geraten und das kann auch die neueste Mars-Mission betreffen. Es kann sich herausstellen, dass die ehrgeizigen Pläne sich keineswegs so leicht in der Realität umsetzen lassen. Möglich auch, dass Menschen aus persönlichen Gründen Rückzieher machen oder falsche oder fehlende Informationen die Arbeit von Teams und Fortschritte lahmlegen. Dann heißt es dranbleiben. Denn wichtige Vorhaben können im Frühjahr 2023 doch noch zu einem guten Ende gebracht werden. Für die Liebe beginnen mit der Sonnenfinsternis vom 25. Oktober intensive vier Wochen. In dieser Zeit sollten wir achtsam mit unseren Herzensmenschen umgehen und nicht spontan Dinge tun, die unsere Beziehungen gefährden. Gleichzeitig fördern die Konstellationen aufregende neue Romanzen. Ob die dann anschließend Bestand haben, wird sich wohl erst nach Ablauf von drei Monaten zeigen. Im Dezember kehrt wieder mehr Ruhe ins Liebesleben ein und wir sind bereit, Verantwortung in unseren Beziehungen zu übernehmen. Für viele werden die Feiertage und der Jahreswechsel sogar besonders romantisch. Am 20. Dezember wandert Jupiter endgültig ins Pionierzeichen Widder und der Blick ins neue Jahr ist von Optimismus geprägt. Viele Prozesse, die in den drei Monaten zuvor ins Stocken oder sogar zum Erliegen gekommen waren, erhalten dann wieder Auftrieb. Die Konstellationen der Covid-19-Pandemie sind noch bis Ende Januar 2022 angespannt. Aber im März, April gibt es Hinweise auf einen pharmazeutischen Durchbruch. Vielleicht gibt es dann endlich den Totimpfstoff oder ein neues Medikament kommt auf den Markt, sodass wir mehr Freiheit haben, zu wählen, wie wir uns schützen wollen. Im Oktober und November kann es jedoch wieder Probleme mit der Immunabwehr und Infektionen geben, nicht nur witterungsbedingt, sondern auch aus astrologischer Sicht. Insgesamt unterstützen die kosmischen Zeichen die Einschätzung von Fachleuten, dass die Pandemie sich zu einer Endemie entwickeln wird. Das heißt, das Coronavirus wird in bestimmten Gebieten der Erde weiterhin grassieren, aber nicht mehr auf der ganzen Welt gleichzeitig. Die Finanzkonstellationen weisen darauf hin, dass die Zentralbanken ihre Zinspolitik wieder restriktiver gestalten. Das heißt, es wird irgendwann schwierig, Kredite zu bekommen. Das wird aber im ersten Quartal noch durch die Wirkung von Jupiter abgefedert. Der steht günstig und zeigt an, dass Liquidität herrscht und dass Gelder und auch Zuwendungen ausgeschüttet werden. Die Inflation wird leicht weiter wachsen, jedoch in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich wieder zurückgehen. Ab April ist damit zu rechnen, dass es dann schwieriger bzw. teurer wird, Kredite zu erhalten. Dennoch erwarten wir von Mitte Mai bis Ende Oktober gute Impulse für die Wirtschaft. Die sind jedoch verbunden mit einer Tendenz zu finanziellen Risiken und Konkurrenzdenken. Wettgeschäfte aller Art werden florieren und Spekulationsblasen können sich bilden und wieder platzen. Insgesamt begünstigt Jupiter im Widder in den Jahren 2022 und 2023 die wirtschaftliche Entwicklung. Das war die kosmische Schwingung des Jahres 2022. Natürlich werde ich euch auch im neuen Jahr wieder mit den Monatshoroskopen für jedes Sternzeichen begleiten. Das Video für den Januar geht übrigens am 29. Dezember online. Und auf meinem Instagram-Account poste ich täglich die Mondaspekte mit der Tagesstimmung. Eure persönlichen Tendenzen 2022 für die Liebe im Beruf und für die Gesundheit erfahrt ihr im Video mit den Jahreshoroskopen für die zwölf Sternzeichen. Bleibt gesund und lasst euch nicht unterkriegen. Aus meiner Sicht ist es eine historische Chance, dass wir den Übergang in die Luftepoche miterleben und gestalten dürfen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.